Topaz bietet seit kurzem seine App Voto.ai in Version 2.4 an. Dieser Versionssprung bedeutet nicht nur Verbesserungen der Software, Fehlerbehebungen und auch neue Funktionen. Topaz hat auch die Benutzeroberfläche überarbeitet und komplett umgekrempelt. Man hat keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen. Und was ist passiert? Ein Aufschrei in der Nutzergemeinde. Früher war alles besser. Jetzt brauche ich viel länger. Mein Workflow ist langsamer geworden. Stellt euch mal vor, ihr habt eine völlig neue Software vor euch. An die Bedienung müsst ihr euch erst mal gewöhnen. So ein radikaler Umbau ist schon eine Herausforderung an unsere kognitiven Fähigkeiten. Schon klar, wer sich seinen Workflow nach den alten Versionen eingerichtet hat, muss sich jetzt umgewöhnen. Die Maus, die springt aus alter Gewohnheit unwillkürlich an die gewohnte Stelle auf dem Bildschirm. Aber hoppla, dort sieht es ja jetzt ganz anders aus. Ich weiß, nichts ist schwerer als alte Gewohnheiten zu ändern. Ich habe mich nun einige Tage lang mit der neuen Version beschäftigt und bin der Meinung, das hat sich gelohnt. Es ist besser, intuitiver, übersichtlicher und eigentlich einfacher geworden. Eigentlich nur deshalb, weil es mein subjektiver Eindruck ist. Wen es interessiert, wie sich das neue Foto AI bedienen lässt, den lade ich zu einem Rundgang ein. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Weshalb verwenden wir denn eigentlich Topaz Photo AI? Darauf gibt es sicher die unterschiedlichsten Antworten. Aber die für mich wesentliche ist, wir als Fotografen sind nicht immer in der Lage, perfekt belichtete, knackscharfe, rauschfreie Aufnahmen mit dem optimalen Bildausschnitt zu produzieren. Selbst teuerste High-End-Kameras und Objektive ändern daran wenig. Der Eventfotograf kämpft mit schlechtem Licht. Der Landschaftsfotograf kämpft mit schärfer Abfall und Wignettierungen. Der Makro-Fotograf kämpft mit fehlender Tiefenschärfe. Eigentlich heißt es ja Schärfentiefe. Viele Fotografen kämpfen mit unerwünschten Objekten im Bild. Und genauso viele kämpfen mit einem situationsbedingt viel zu großen Bildausschnitt, bei dem der Beschnitt auf das Hauptobjekt in einer viel zu kleinen Bildgröße resultiert. All das ist situationsbedingt. Oder von mir aus technisch bedingt. Selbst die besten Profifotografen sind nicht dagegen gefeiert. Welche Bildbearbeitungsanwendung und wer auch immer verwenden mögen, sie alleine wird kaum in der Lage sein, diese Probleme zu meistern. Deshalb verwenden wir Topaz Photo AI. Es schärft und entrauscht mit höchsten Qualitätsstandards. Es erhöht die Qualität, indem es echte Details erzeugt. Besonders effektiv bei schwierigen Motiven wie Gesichtern oder Text. Es behebt Beleuchtungsprobleme, die durch Mischlicht und hohen Dynamikbereich verursacht werden. Es entfernt störende Objekte mit generativer KI-Technik. Ohne Internet. Nur auf eurer lokalen Hardware. Nun gut, schlechte Aufnahmen kann Photo AI trotzdem nicht zuguten machen. Das kann nur der Fotograf. Wer Topaz Photo AI gar noch nicht hat, findet in meiner Videobeschreibung einen Link zu einer Testversion. Es wäre wirklich nett, wenn ihr dazu die Links in meiner Videobeschreibung verwendet. Falls ihr etwas kauft oder upgradet, erhalte ich eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. So könnt ihr meinen Kanal unterstützen, ohne dass es euch etwas kostet. Anfang dieses Monats habe ich die neue Photo AI Version bereits vorgestellt. Dieses Video könnt ihr euch hier oben ansehen. Wer von euch eine der bisherigen Photo AI Versionen kennt, der ist sicher auch mit deren Programmeinstellungen vertraut. Als ich nun die Einstellung des neuen Photo AI zum ersten Mal geöffnet habe, habe ich große Augen gemacht. Der frühere Dialog war milde ausgedrückt, überschaubar. Der neue ist herausfordernd. Werfen wir einen Blick darauf. Die bisherigen Preferences, die Einstellungen, hatten zwei Tabs, generell und Autopilot, mit zusammen neun Bereichen. Mit dem neuen Dialog treffen wir auf 36 Bereiche mit insgesamt 105 Wahlmöglichkeiten. Darunter sehen wir eine Übersicht mit 34 Shotcuts, also Tastenkombinationen. Lasst mich mit dem obersten Tab, dem Allgemeinen, beginnen. Da haben wir den AI-Prozessor, mit dem ihr entweder die CPU oder eure dedizierte Grafikkarte einstellen könnt. Wenn ihr im Zweifel seid, wählt Auto. Das ist nie die schlechteste Wahl. Die Objektivkorrektur. Bei unterstützten Objektiven werden die RAW-Bilder um optische Verzerrungen korrigiert, die durch Kameraobjektive verursacht werden. Zum Beispiel Wignettierung, geometrische Verzerrung. Show-Help-Prompts heißt Hilfestellungen anzeigen. Hilfestellungen sind aktiviert im Moment und bei Bedarf werden Hinweise mit Workflow-Vorschlägen angezeigt. Check-Disc-Space, Speicherplatz prüfen. In bestimmten Fällen wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird. Derzeit wird das allerdings beim Export nicht überprüft. Exportiert ihr auf ein externes Speichermedium, müsst ihr selbst sicherstellen, dass genügend Speicherplatz für die Bilder vorhanden ist. Enable In-App-Model-Downloads. Mit Model werden die Funktionsmodelle bezeichnet, die die Algorithmen beinhalten, um die vorgesehene Aufgabe durchzuführen. Wenn das Programm ein veraltetes oder beschädigtes Funktionsmodell erkennt, wird versucht, es erneut herunterzuladen. Hast du ein fehlendes oder beschädigtes Funktionsmodell, kann es sein, dass du während der Verarbeitung Fehler beim Ausführen der Aufgabe bekommst, wenn du diese Sache deaktivierst. Also lass sie aktiviert. Dann haben wir noch als letztes Enable RS-RGB-Preview-Fallback. Fallback, einen Vorschau-Fallback aktivieren. Bedeutet, wenn die App das Vorschaubild nicht in den Farbraum eures Monitors konvertieren kann, wird es in SRGB angezeigt. Das kann dazu führen, dass Farben falsch dargestellt werden, wenn euer Monitor nicht den SRGB-Farbraum verwendet. Deaktiviert ihr das, bedeutet, Vorschaubilder werden mit dem Farbraum eures Monitors angezeigt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn die App das Vorschaubild nämlich bei aktivierter Option nicht in den Farbraum eures Monitors konvertieren kann, wird es in SRGB angezeigt. Nun gut, die meisten Monitore arbeiten ohnehin mit dem SRGB-Farbraum. Höhere Farbräume wie Adobe RGB oder Profoto können nicht von den meisten Monitoren dargestellt werden. Ausnahmen sind speziell meist sehr kostspielige Monitore, zum Beispiel von ISO, die auch größere Farbräume darstellen können. Grundsätzlich ist Vorsicht angesagt bei Monitor-Kalibrierung. Dann wird oftmals ein proprietäres Farbprofil eingesetzt, von dem nicht klar ist, ob es von Photo AI unterstützt wird. Ich verstehe diesen Punkt hier lediglich als Hinweis für Benutzer von Monitoren mit einem anderen Farbraum als SRGB, damit ihr wisst, dass es zu Fehldarstellungen kommen kann. Für Nutzer mit einem SRGB-Monitor ist eh egal, ob dieses Feld aktiviert wird oder nicht. Die Farbdarstellung wird immer SRGB entsprechen. Weiter geht's mit dem Export. Adobe DNG SDK für den Export verwenden. RAW-Builder, die im DNG-Format gespeichert werden, verwenden das Adobe DNG SDK, um kompatiblere Ausgabe-Dateien zu erstellen. DNG ist Adobes Digital Negative RAW-Format. SDK bedeutet Software Development Kit. Diesen Punkt solltet ihr stets aktiviert lassen. Close Images after saving. Eigentlich klar, ne? Bilder nach dem Speichern schließen. Deaktiviert ihr diesen Punkt, werden sie nach dem Speichern eben nicht geschlossen. Nächster Punkt Brush, Pinsel. Hier könnt ihr die Farbe und Opazität des Pinsel-Overlays ändern. Die Standardeinstellung ist rot mit 50% Deckung. Privacy, Privatsphäre. Die anonyme Nutzerverfolgung. Damit helft ihr Topaz Photo AI zu verbessern, indem ihr anonyme Nutzungsmetriken und Absturzberichte sendet. External Editors, die externe Bearbeitung. Wenn Lightroom Classic installiert ist, werden bearbeitete Bilder automatisch zu allen Sammlungen hinzugefügt, in denen sich das Originalbild befand. Das gilt nicht für Smart-Sammlungen oder Bilder, die über die Funktion Bearbeiten in aus Lightroom geöffnet wurden. Das erfordert eine aktuelle Version von Lightroom Classic, also neuer als 2015. Der Autopilot. Die automatische Anwendung von Filtern. Könnt ihr aktivieren oder nicht aktivieren. Der Autopilot wendet automatisch alle Filter an, die er empfiehlt, wenn ein Bild geladen wird. Die Subjekt- oder Objekterkennung. Standardmäßig erkennt und wählt der Autopilot Objekte innerhalb eures Bildes gemäß dieser Einstellung aus. Also Subjekt ist das erkannte Hauptobjekt bzw. Hauptmotiv. Background wird der Hintergrund ausgewählt. Portrait, Landscape, Landschaft, Sky, Himmel oder None. Nix. In diesem Fall müsstet ihr, wenn ihr das auf Nichts stellt, bei jedem Bild eine Maske wählen oder eine selbst erstellen. In jedem Bereich können wir hier auf Reset to Default Settings, also zurückstellen, auf Standard-Einstellungen klicken. Dann haben wir meistens die Automatik-Einstellung wieder aktiviert. Upscale and Resize. Hochskalieren und Größenänderung. Das Standard-KI-Modell. Bei der Einstellung Auto entscheidet der Autopilot, welches KI-Modell für die Größenänderung eures Bildes verwendet wird. Ihr könnt das KI-Modell auch manuell auf Standard, Hi-Fi, Grafik oder niedrige Auflösung einstellen. Es macht aber eigentlich nur dann Sinn, wenn ihr eine ganze Serie an Bildern mit den gleichen Voraussetzungen vor euch habt. Ansonsten lasst den Autopiloten entscheiden. Resize Type. Die Art der Vergrößerung. Standard ist Enhance Small Images. Also kleine Bilder vergrößern. In diesem Fall skaliert der Autopilot kleine Bilder mit dem 1,5 bis 4-fachen Faktor bis zu einem Maximum von 12 Megapixel. Ihr könnt auch eine feste Größeneinstellung wählen. Das ist nur sinnvoll bei einer entsprechenden Serie gleich kleiner Bilder. Auch lässt sich das Vergrößern ganz ausstellen. Stell das gerade mal auf die Original-Einstellungen, sonst fehlt uns nämlich hier etwas. Wenn ich Resize Type auf None stelle, dann wird hier überhaupt nichts vergrößert. Also stellt sich auch nicht die Frage der Ausgabeauflösung. Hier speichert der Autopilot das Bild entweder in seiner ursprünglichen Auflösung oder wir legen eine besondere Auflösung fest. Beachtet, dass diese Einstellung nur für die Funktion Upscale und Resize gilt. Eine Auswirkung hat die Bildauflösung nur für den Druck eines Bildes, nicht auf die Anzeige auf digitalen Displays. Wollt ihr ein vergrößertes Bild ausdrucken, wählt ihr eine Auflösung zwischen 240 und 300. Je nach Qualitätsanspruch. Wollt ihr die Bilder einem Druckdienstleister geben, fragt ihn, welche Auflösung er bevorzugt. Das stellt ihr dann hier unten ein. Ihr könnt hier zum Beispiel die 240 einstellen. Hier unten geht es weiter mit Minor Denoise Strengths. Hiermit beeinflussen wir die vom Autopiloten empfohlene Stärkung der Rauschunterdrückung bei der Größenänderung eines Bildes nach unten oder nach oben. Bei Strong wird die Autopilot-Einstellung verstärkt. Less, weniger, weak, schwach, sehr schwach. Standard ist normal. Hier unten trifft das Gleiche zu, nur nicht für das Entrauschen, sondern für das Schärfen. Die Rauschreduzierung für Nicht-Raw-Bilder. Hier legen wir fest, ab welcher Stärke eines erkannten Bildrauschens die Rauschreduzierung einsetzen soll. Always Off deutet, der Autopilot macht gerne. Dann haben wir Low and Above. Die Funktion greift bereits bei einem geringen Bildrauschen. Bei Medium, High und Severe, also sehr starkem Bildrauschen, setzt die Rauschreduzierung erst ab einem entsprechend höheren Grad des Rauschens ein. Oder wir deaktivieren sie ganz. Die Standard-Einstellung ist allerdings mittel und höher. Default-AI-Modell. Das Standard-KI-Modell zum Entrauschen. Die empfohlene Einstellung ist auch hier wieder Auto. Der Autopilot entscheidet, ob normales, starkes oder extremes Rauschen notwendig ist. Oder er legt es manuell fest. Model-Strengths wieder das gleiche wie vorher. Wir beeinflussen die vom Autopiloten bei Autoeinstellung empfohlene Stärke der Rauschunterdrückung nach oben oder nach unten. Immer wenn der KI-Filter überhaupt eingeschaltet ist. Für die Rauschunterdrückung für RAWs gilt Ähnliches. Das Entrauschungsmodell wird bei Automatik entweder vom Autopiloten festgestellt oder von euch auf normal oder stark eingestellt. Auch hier beeinflussen wir die Stärke der vom Autopilot gewählten Entrauschung mit normal. Stärker, weniger und so weiter. Hotpixel, wie soll ich das erklären? Bilder, die das Modell RAW-Entrauschung verwenden, durchlaufen einen Nachbearbeitungsfilter zur Korrektur von Hotpixel. Hotpixel, das sind einzelne Bildpunkte einer Digitalkamera, die einen deutlich helleren Bildwert ausgeben, als sie es gemäß dem empfangenen Licht dürften. Diese Pixelfehler erscheinen dann im Bild als einzelne helle Punkte, wo Dunkelheit sein sollte. Im Allgemeinen erkennt man das nur bei 100% oder noch stärkerer Vergrößerung. Aber es schadet nicht, es eingeschaltet zu lassen. Und jetzt zum Schärfen. Enable when detected blur as low heißt, wir steuern, ab welcher Stufe der Unschärfe der schärfen KI-Effekt einsetzen soll. Schon bei low oder erst bei mittelstarker Unschärfe oder sehr unscharf. Auch hier können wir, wenn wir wollen, die ganze Sache abschalten. Das Standard-KI-Modell wählen wir mit Standard, Stark, Objektivunschärfe oder Bewegungsunschärfe. Auch hier ist es ratsam, die Automatik eingeschaltet zu lassen. Denn der Autopilot erkennt sehr wohl, um welche Art der Unschärfe es sich handelt. Bild für Bild. Ändert ihr das, weg von Automatik, wird die entsprechende Einstellung für alle zukünftigen Bilder verwendet. Gleichgültig, ob notwendig oder nicht. Und die Sache mit der Modellstärke, naja, die kennen wir jetzt schon. Wir beeinflussen die vom Autopiloten empfohlene Stärke der Schärfung. Mit dieser Art der Erhöhung bzw. Reduzierung ist vielen Kritikern der Wind aus den Segeln genommen, die sich darüber beklagen, Foto-AI würde immer zu stark schärfen oder im Remove-Bereich oder mal zu stark entrauschen. High-Quality-Images. Die Optimierung für Hochqualitätsbilder. Rauschen entfernen gegen Schärfen. In Fällen, in denen nicht RAW-Bilder wenig Rauschen und wenig Unschärfe aufweisen, wird der Autopilot entweder Rauschen entfernen oder Schärfen aktivieren. Aber nicht beides. In der Dropdown-Liste können wir dem Autopiloten jetzt die Zügel aus der Hand nehmen und ihn anweisen, immer nur zu entrauschen oder immer nur zu schärfen. Ich halte es für nicht besonders empfehlenswert. Wenn wir das von Hand steuern, dann brauchen wir eigentlich keinen Autopiloten mehr. Die Gesichtserkennung oder Gesichtsverbesserung. Standardmäßig erkennt der Autopilot Gesichter, wenn ein Bild geladen wird und wendet automatisch die Gesichtserkennung an. Alle Gesichter im Bild. Auf die empfohlene Einstellung wäre Low-Quality. Auf Gesichter in niedriger Darstellungsqualität. Oder Gesichter nur im Hauptmotiv. Oder gar keine. Mit der Standard-Gesichtsverbesserungsstärke legen wir den Grad der Verbesserung fest. Denkt daran, dass es sich hier nur um Voreinstellungen handelt. Auch dieser Wert kann in jedem Bild individuell angepasst werden. Parts to enhance, also Bereiche, zu verbessern. Hier wählen wir, ob zusätzlich zum Gesicht auch Haar, Nacken oder beide Haar und Nacken einbezogen werden sollen. Reserve Text, die Texterhaltung. Das Standard-KE-Modell steht wieder auf Auto. Wir weisen den Autopiloten hier an, das Modell für niedrige Auflösung, Low-Resolution oder starkes Rauschen anzuwenden. Oder wir überlassen ihm eben wie immer mit Auto die Wahl. Und hier, naja, er wisst es ja schon. Just Lighting, Helligkeitsanpassung. Ganz einfach hier. Das Maß dieser Funktion nach unten oder nach oben korrigieren. Für Balance Color, die Farbbalance, gilt das Gleiche. Nur, dass wir hier zwei Regler haben. Die Farbtemperatur und die Stärke, mit der diese Farbtemperaturänderung einbewandt werden soll. Jetzt haben wir noch die Tastatur-Shortcuts. Das ist eben nur die Übersicht. Die lassen sich übrigens auch ganz einfach über das Hilfe-Menü aufrufen. Keyboard-Shortcuts. Oder ganz einfach über die Tastenkombination Control und Slash. Bei deutschen Tastaturen ist das STRG, SHIFT und 7. So, endlich fertig mit dem trockenen Kram. Wir können jetzt wesentlich mehr Einstellungen vornehmen, um sie an unseren Workflow anzupassen. Die meisten lassen sich während der Bearbeitung auf der Bedienoberfläche für jedes Bild separat ändern. Und dazu kommen wir jetzt. Vor dem Hinzufügen von Bildern sehen wir im rechten Panel einige hilfreiche Links, die auf die Topaz-Website führen, außer User Guides. Der führt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ins Leere. Es reicht aber, auf Getting Started zu klicken. Ihr habt dort neben dem Quickstart, der sich dann öffnet, Zugriff auf alle möglichen weiteren Abteilungen. Alles auf Englisch. Wenn ihr das auf Deutsch angezeigt haben mögt, dann markiert den entsprechenden Text und lasst es euch von DeepL Translator oder von Google Translate einfach ins Deutsche übersetzen. Dazu muss natürlich das entsprechende Browser-Plugin erstmal installiert sein. Ich füge also erstmal ein paar Bilder hinzu, die hier oben gezeigten. Das sind die letzten importierten Bilder. Ist zwar recht praktisch, ich kann aber dort nur jeweils ein Bild auswählen. Muss für drei Bilder also doch in meinen Bilderordner. Ich habe dort schon ein paar Aufnahmen vorbereitet. Wähle sie alle aus. Und wir wählen Öffnen. Das erste ausgewählte Bild wird analysiert und mit den Anpassungen versehen, die der Autopilot für nötig hält. Das Bild wird in der 100%-Ansicht angezeigt. Preview updated, also Vorschau aktualisiert. Soweit also nichts Neues. Analysierte Thumbnails erhalten einen grünen Punkt, wenn sie mit dem Autopiloten bearbeitet wurden. Oder analysiert wurden, besser gesagt. Ändern wir Einstellungen von Hand, dann verschwindet dieser grüne Punkt. Diese drei weißen Sternchen hier beim ersten Bild, die sagen aus, dass das Bild analysiert und verarbeitet wurde. Ihr seht, beim Mouse-Over werden uns die Autopilot-Anpassungen in grün, manuelle in weiß angezeigt. Manuelle haben wir noch nicht, das zeige ich gleich. Mit diesem Pfeil lässt sich dieser Filmstreifen aus- oder wieder einblenden. Damit können wir die Vorschau maximieren. Wir sehen im rechten Bedienpanel nicht mehr alles, was Photo AI zu bieten hat. Es erscheinen nur noch die Funktionen, die der Autopilot angewendet hat. Bei RAW-Aufnahmen, das ist zum Beispiel eine, sehen wir hier oben immer RAW-Denoise, das RAW-Entrauschen. Jeden dieser einzelnen Abschnitte außer RAW-Denoise können wir löschen. Oder ihn öffnen, um die Werte zu ändern. Hier steht noch RAW-Denoise, wird automatisch auf alle RAW-Bilder angewandt. Wollt ihr das nicht immer lesen, klickt auf Dismiss. Was frei übersetzt bedeutet, vergiss es, weg. Wie bisher auch, bedeutet der grüne Punkt, das hat der Autopilot gemacht. Ziehe ich das jetzt nach rechts, wird der grüne Punkt dunkler. Und wir sehen, hier links unten ist der grüne Punkt verschwunden. In der Anzeige der vom Autopiloten ursprünglich gemachten Einstellungen sehen wir oben in grün Remove Noise, RAW Normal, 61 in Weiß und 17% in Grün. Die 61% habe ich manuell geändert, also werden sie in Weiß angezeigt. Möchte ich die Autopilot-Einstellungen wieder zurücksetzen, kann ich das entweder hier oben über das Drei-Punkte-Menü machen. Es gibt uns die Möglichkeit, den Autopiloten anzuwenden. Einfacher geht es, wenn es um eine Einstellung geht, mit dem Doppelklick auf diesen Punkt. Dann haben wir wieder alle Angaben in grün und wir klicken auf Done. Was ich jetzt noch machen möchte, erst weil mir das Grauschen noch etwas zu stark ist, ich stelle es auf Raw Strong. Remove Large Grain stelle ich auf 6, das war ein bisschen zu viel. Ich lasse es mal auf 3. Ja, das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Und hier unten sehen wir die Änderungen, die ich gerade durchgeführt habe, dann nicht mehr in grün, sondern in Weiß angezeigt. Und der grüne Punkt da links unten ist auch verschwunden. Schauen wir uns ein anderes Bild an. Ich nehme mal diese Eule. Das ist keine Raw-Aufnahme, sondern ein PNG. Der Autopilot hat Schärfen gewählt, und zwar die Objektiv-Unschärfe mit 35%. Und hier sehen wir die Autopilot-Auswahl für die Objektiv-Unschärfe. Wenn wir uns das vorher ansehen, ist es ziemlich deutlich Objektiv-Unschärfe. Ich lasse das Ganze mal in 50% anzeigen. Dann sehen wir den ganzen Raubvogel-Kopf, den ganzen Eulenkopf. Was ich jetzt machen möchte aus gegebenem Anlass, es hat ein User gefragt, wie mache ich das am besten, wenn ich nur das Auge eines Raubvogels schärfen möchte. Außer in Raw-Denoise können wir in, ich glaube so gut wie allen Funktionen, in allen Tools, eine Maske erstellen. Es wurde, weil Auto-Mask-Subject ausgewählt war in den Einstellungen, das Hauptobjekt maskiert. Das stelle ich jetzt mal auf None. Auf Null. Würde ich jetzt auf Done klicken, wird also nichts gemacht. Ich gehe wieder zurück in das Schärfen. Ihr müsst diesen Zwischenschritt nicht machen, es war nur zur Demonstration. Über Brush-Type, also die Pinselart, lässt sich auswählen Standard. Ja, das ist der ganz unsgewöhnliche Pinsel, den wir von früher auch kennen, ist nichts Besonderes. Ich könnte ihn anwenden, aber dann ist Fummelarbeit nötig, denn er passt nicht aufs Auge, weil dieser Pinsel immer rund ist. Darüber hinaus gibt es Superpixel, das ist die Art und Weise, die wir früher mal hatten in den Anfängen von Topaz Photo AI. Da können wir die Größe von winzig, klein, medium und groß einstellen, je nachdem was wir maskieren wollten. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert, allerdings wird es jetzt durch die Object Selection zweifellos übertroffen. Ich will das Auge. Ich gehe mit dem Mauszeiger kurz übers Auge und das rote Masken-Overlay wird angezeigt. Ich klicke es an, gehe über den gelben Bereich, klicke den an und mit der Objektauswahl habe ich jetzt schlicht und ergreifend das Auge ausgewählt. Ihr seht, wenn ich aus Versehen auf irgendeinen anderen Bereich komme, wird er auch gleich vorgeschlagen. Das möchte ich aber nicht. Die Maske ist fertig, die Auswahl ist getroffen und ich klicke auf Done und wir sehen, was passiert. Der ganze Vogel bleibt unscharf, nur das Auge ist geschärft und hervorgehoben. Gehe ich jetzt hier wieder rüber und wähle Porträt zum Beispiel, dann wird der Autopilot automatisch wieder den ganzen Vogel maskieren. Das gleiche hätte ich mit Subjekt, also dem Hauptobjekt, erreicht. Ist ja nur ein Hauptobjekt. Und schon ist der ganze Vogel wieder scharf. Da haben wir die Eule. Nehmen wir ein anderes Bild. Nehmen wir mal die Dame. Das ist ein recht kleines Bild. Da wird vermutlich eine Vergrößerung vorgeschlagen werden. Ja, hier oben steht jetzt Recover Faces. Es ist wieder keine RAW-Aufnahme, deshalb erscheint RAW die Noise hier rechts nicht. Unter Recover Faces können wir jetzt erstens mal die Maskierung sehen. Ihr habt gesehen, in den Einstellungen können wir voreinstellen alle Gesichter, nur Gesichter mit niedriger Qualität. Im Hauptobjekt, die haben wir nur eins oder gar nichts. Die Qualität der Gesichtsverbesserung lässt sich auch nochmal von Hand erhöhen oder reduzieren. Ich stelle es jetzt mal wieder auf den Autopiloten und klicke auf Done. Die Vorschau wird aktualisiert. Es ist eine Vergrößerung durchgeführt worden von viermal. Es ist ein winziges Bild. Ich glaube, es hat 156 Pixel auf der kurzen Seite. Es wurde automatisch niedrige Auflösung, Low Resolution, ausgewählt. Das würde ich dann auch mal so lassen, wie es ist. Als Hinweis steht noch, das Upscaling, also das Vergrößern, wird immer zum Schluss durchgeführt, vor allen Verbesserungen oder vor allen Tools, die hier oben mal angewandt wurden. So sah das vorher aus und so sieht es jetzt aus. Das nächste Bild ist, soweit ich mich erinnern kann, ein sehr verrauschtes, und schon ist es weniger verrauscht, aber unheimlich schief. Ein nicht neues, ein bisher schon übliches Tool ist das Beschneiden. Neu dabei ist allerdings die Möglichkeit, den Horizont auszurichten. Gut, Horizont haben wir hier nicht unbedingt, aber wir haben die Möglichkeit, die Wände halbwegs gerade zu stellen. Diese Linien hier, auf die kommt es mir an. Mit dem Befehl Swap können wir von Querformat ins Hochformat wechseln. So klein wollte ich es jetzt allerdings nicht haben. 3,5 ist der korrigierte Winkel, um den ich das Bild gedreht habe. Ich klicke auf Done, wir haben den richtigen Ausschnitt. Es wurde nur Remove Noise angewandt, also die Rauschunterdrückung mit der Stärke Normal und den hier unten angezeigten Werten. Über Add Enhancement, eine Verbesserung hinzufügen, haben wir die Möglichkeit, andere auszuwählen. Zum Beispiel Schärfen. Der Autopilot wählt zwar aus, aber dadurch, dass wir Schärfen von Hand ausgewählt haben, wird in diesem Bild Schärfen nicht grün angezeigt, selbst wenn der Autopilot die Werte vorgegeben hat. Ich möchte das Schärfen jetzt allerdings nur auf die Lampe anwenden und sehe, Autopilot hat bereits die Lampe als einziges schärfenswürdiges Objekt ausgewählt. Ich gehe trotzdem mal wieder auf Null. Wir haben die Objektselektion und ich sehe mal, was wir da haben. Tun können. Einmal oben, einmal unten und diesen mittleren Bereich wird rot. Ich klicke auf Done, nein, gehe noch mal zurück und erhöhe die Schärfungswerte etwas. Dann haben wir diesen Bereich geschärft und den Rest nur entrauscht. Was haben wir da noch? Adjust Lighting. Bedeutet die Helligkeit anpassen. Ich klicke es an. Wir wollen da keine Maske erstellen, denn der Autopilot hat das ganze Bild ausgewählt, was auch irgendwie Sinn macht. Wir könnten aber auch einzelne Bereiche auswählen. Ich ziehe jetzt mal, spaßeshalber, diesen Regler ganz nach rechts und ganz nach links, um zu sehen, was hat sich da jetzt eigentlich getan. Ich lasse mal zwischendurch das ganze Bild anzeigen, klicke wieder doppelt. 25 ist der Standardwert und ich gehe mal runter auf 15, 12. So war es vorher, so ist es hinterher. Es ist Geschmackssache, was einem besser gefällt. Die Farbbalance, damit können wir die Temperatur steuern, zum Beispiel ins ganz Warme, hässlich, oder in ganz Kühle. Dieses Bild ist nicht unbedingt dafür geeignet. Ich gehe mal ein bisschen in den kühleren Wert und die Wirkung, die Deckung können wir mit diesem Regler einstellen. Jetzt wird die Temperaturänderung nur zu 52% angewandt. Remove, ein generatives Werkzeug. Ich wähle jetzt wieder den Bereich, den ich entfernt haben möchte. Gehe mal hier hinten auf dieses Bild, markiere es mit der Objektauswahl und klicke auf Remove Selection. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, ich kürze das ab. Und das Bild ist weg. Bemerkenswert bei diesem Generative Errays oder generativen Löschen ist, dass es offline erfolgt. Ohne Einsatz des Internets. Diese Funktion wird ausschließlich lokal auf eurem Rechner durchgeführt. Reserved Text ist eine alte Funktion, die brauche ich ja nicht unbedingt zu zeigen. Da markieren wir eben einen Text, der hier in diesem Bild ja gar nicht vorhanden ist. Und Upscale wäre nicht nötig gewesen. Der Autopilot hat es nicht ausgewählt, weil das Bild groß genug ist. Schauen wir uns den Thumbnail an. Sehen wir Remove Noise. Ist vom Autopiloten ausgewählt worden. Schärfung, Adjust Lighting, Balance Color. Und die Entfernung des Bildes waren Experimente von uns. Gebt Acht, wenn ihr Remove, also die Objektentfernung durchführt. Alle vorher ausgeführten Anpassungen und Verbesserungen werden dadurch geblockt. Ihr seht, ich kann sie jetzt anklicken, aber es passiert nichts. Ich müsste das Bild wieder herstellen. Das Bild ist wieder da. Und sämtliche vorher durchgeführten Änderungen in den einzelnen Tools sind wieder aufrufbar. Klicke ich eins an, wird es zunächst immer links neben diesem entsprechenden Tool im Bild erscheinen. Ich kann es hier rüberschieben, falls ich diesen Bildbereich brauche. Klicke ich auf dann, wird es beim nächsten Aufruf auch wieder dort erscheinen und nicht im Bild. Klicke ich es mit der X weg, erscheinen alle wieder links daneben. Ist also recht flexibel, die ganze Sache. Eine Sache, die wir mit den Thumbnails hier unten machen können. Select All, alle auswählen, keins auswählen oder mit dem Klick auf Steuerung von Hand zusätzliche Bilder markieren. Wir können weitere Bilder hinzufügen. Und dieses Dreipunktmenü gibt uns beim Rechtsklick die Möglichkeit, Bilder öffnen, Bilder schliessen, ausgewählte Bilder schliessen, alle Bilder schliessen und wieder den Autopiloten auf das gewählte oder die ausgewählten Bilder anzuwenden. Alle bisher durchgeführten manuellen Anpassungen werden dadurch ersetzt. Eine Besonderheit, wenn ich mehrere Bilder auswähle, ich nehme mal diese drei hier und gehe mit der rechten Maus hier rein, haben wir die Möglichkeit Current Settings to Selected Images. Bedeutet, alle Einstellungen, die für die aktive Auswahl dieses Bildes gelten. Oder ich nehme mal dieses, jetzt ist das aktiv. Rechte Maustaste können wir die momentanen Einstellungen dieser Aufnahme auf die ausgewählten anderen Bilder übertragen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn wir das auswählen, wenn die anderen Bilder tatsächlich wert sind, diese Einstellungen zu übernehmen. Wir haben hier zum Beispiel vorher eine Maske gehabt. Auch jetzt ist eine Maske zum Schärfen da. Es ist die Frage, passt es hier oder passt es dort? Ganz schlimm wäre es zum Beispiel, wenn ich ein Bild mit Recover Faces, also mit Gesichtsverbesserungen habe und möchte diese Einstellungen auf die Eule übertragen, dann wird das nicht funktionieren. Diese Funktion erscheint mir sinnvoll, wenn wir eine Serie haben an gleichen oder ähnlichen Bildern und wir können so ein Bild bearbeiten, den Rest auswählen, vielleicht mit Select All und mit diesem Befehl alles auf die übrigen Bilder übertragen. Spart sehr viel Arbeit und Zeit. Jetzt bliebe uns nur noch diese Bilder zu exportieren. Ich gehe mal Select All raus und wähle dieses und sage Save Image und wir bekommen diesen Auswahl Dialog. Darin hat sich nach meinem Wissen nichts geändert gegenüber der alten Version. Rechts neben Save Image ist noch diese Quick Save Maske da. Äh, Maske ist falsch gesagt, dieser Button. Er übernimmt die letzten Einstellungen, die wir hier sehen, mit denen das letzte Bild gespeichert wurde. Es übernimmt allerdings auch den Speicherort. Wenn ich jetzt hier Desktop habe und klicke hier rechts auf Quick Save, dann kann ich hier nichts mehr einstellen, sondern es wird automatisch gespeichert. Popas hat Photo AI im Herbst 2022 präsentiert. Damals hat man einfach die Funktionen der einzelner erhältlichen Plugins, Sharpen, Denoise und Gigapixel zusammengefasst und im Ergebnis einen Autopiloten spendiert. Mehr war das damals nicht. Es war noch nicht mal in der Lage, Raw-Dateien für einen Stick zu verarbeiten. Seitdem erhält Photo AI wöchentliche Updates. Ohne Werbetrommel, ohne viel Tam-Tam, ohne tägliche E-Mail-Nachrichten, die wundersame Dinge ankündigen. Nein, einfach so. Öffnet ihr Photo AI an einem Freitag, erhaltet ihr in der Regel die Information, dass ein Update verfügbar ist. Mal ehrlich. Welche Software macht das sonst noch? Noch während ich dieses Video produziere, hat sich schon wieder etwas geändert. Heute ist Freitag. Die Liste der Änderungen des gestrigen Updates auf Version 2.4.1 umfasst 12 Fehlerbehebungen und 11 neu hinzugefügte Funktionen. Dieses Update ist aber nur ein kleines. Die grundsätzlichen Funktionen und die Bedienung, die ich euch gerade im Video gezeigt habe, haben sich nicht geändert. So hat sich Photo AI von einem simplen, aber effektiven Tool zum Entrauschen, Schärfen und Vergrößern zu einem Allround-Werkzeug entwickelt, das inzwischen ein hervorragender RAW-Converter ist, das KI-Modelle verwendet, die durch Deep Learning trainiert werden und generative Funktionen bietet, die keine Internetverbindung brauchen. Eine ideale Ergänzung zu Bildbearbeitungsanwendungen für ambitionierte Fotografen und Profis. Photo AI ist als Standalone-Version einsetzbar und als Plug-in für Adobe Photoshop, Lightroom Classic und Capture One. Es ist für Windows und Mac OS verfügbar, kann auf zwei Computern installiert werden und es hat bei Nicht-Gefallen eine Geld-Zurück-Garantie von 30 Tagen. Es ist kein Abo. Ihr kauft es und es gehört euch. Es kostet 199 Dollar. Beinhalte zwölf Monate lang alle Updates. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Um entsprechenden Rückfragen vorzubeugen. Nein, ihr braucht kein US-Dollar-Konto oder Kreditkarte. Der Dollarbetrag wird automatisch in Euro umgerechnet. Hier findet ihr auch eine Playlist mit allen bisherigen Videos, die sich mit TopPass beschäftigen. Sobald wesentliche Änderungen an Photo AI vorgenommen werden, werde ich sie euch in einem weiteren Video vorstellen. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.